Mein Name ist Sven Schmidt und ich werde im Kirchenkreis Bad Lieben-Werder entsendet werden und in einer Regionalstelle meinen Dienst tun, genauer im Gemeindebereich Lauchhammer, wo ich gemeinsam mit einer Pfarrkollegin die Region bespiele und dort für die Menschen da sein werde. Mir ist ganz wichtig, dass die Gemeinde und die Kirche von heute offen nach außen tritt und die Themen und Fragen der Zeit wahrnimmt, ernst nimmt und sie aufnimmt. Und ich finde, davon liegen ganz, ganz viele auf der Straße. Themen wie des gesellschaftlichen Zusammenlebens oder wie die Frage des Umweltschutzes, die Schöpfungsverantwortung, die gerade da auch in dem Gebiet ganz, ganz wichtig ist. Oder auch die Fragen von Krieg und Frieden. Und da finde ich, kann die Kirche ein ganz, ganz wichtiger Player sein, sich einzubringen.